Geil, Alter! Leute! Ey, Leute! Alter, Leute! Hab ich Bock heute! Geil! Hab ich Bock auf diesen Stream, Leute! Ey, ey, ey! Jetzt reden wir mit Trimax. Was hast dein Problem, Max? Alter, Junge, da bist du ja. Ey, was machen wir jetzt? Du hast mir Dampf gemacht, dass ich online komme. Aber sowas von Zunder unter der Eischel, Alter, hab ich dir gelegt, Junge. Ja, das ist ganz wild gewesen. Okay. Genau. Was machen wir jetzt? Ja, weiter geht's. Alles klar. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ihr habt ja schon eine Smeltery hier hinten gemacht. Das ist nur eine... Ja, die funktioniert alles nicht. Komm mal her. Ich zeig dir hier das wahre Problem. Du hast hier hier einen Windgenerator. Geil, Alter. Ja, aber guck mal bitte. Er kann doch nicht mal eine Maschine antreiben. Ich hab irgendwas falsch gemacht. Nee, Windgenerator... Er kriegt doch nicht mal eine Maschine voll. Guck dir das mal an. Das ist Frust. Das ist so ein riesen Windrad. Und der kann nicht eine Maschine antreiben. Nee, das ist ja das Billowindrad, was du dahin gebaut hast, wa? Ja, aber das muss doch wenigstens eine. Guck mal, wie groß das ist, Mann. Was lernt man daraus? Jo, schau auf erneuerbare Energien. Brennen die Wäldern nieder und fördern Kohle und Öl, Alter. Was ist das hier? Das ist eine Mobfarm. Achtung, die ist voller Mops! Ja, und wie komm ich jetzt da ran? Wie mach ich das? Nicht, nicht, nicht. Das ist Rumatras Projekt. Der ist halt die ganze Zeit immer wieder gestorben. Das sind nur Creeper. Pass auf. Nicht reinschauen. Ist das dumm, Alter. Ja, ja, ich weiß. Ich hab ihn noch richtig angeschrieben, weil ich das nicht mag. Okay, ja. Also, ich hab jetzt dreieinhalb Stunden an den Windraff gebastelt und das Ding kann nicht eine Maschine antreiben. Also, ist Frust. So, das wollte ich damit sagen. Wir brauchen dich. Pass auf. Wir brauchen irgendwie Hilfe. Also, es ist viel zu schwer, der ganze Mod. Keine Ahnung. Sollen wir mit den Solarpanels hier? Ja, das ist auch komplett beschissen. Solarpanel 1. Das Ding muss fünf Stunden aufladen, um einmal nen Eisen zu basteln. Also, stromtechnisch sind wir hier tatsächlich eher noch mittelalter dran. Ja, aber Wasser ist geiler als alles andere, ne? Wasser ist besser. Sagt doch der Chat. Ja, Watermill ist das, ne? Neues Problem. Also, seitdem du weg warst, haben wir nur Probleme, weil du warst irgendwie so der... Weiß nicht. Du hast das noch gerechnet. Komm mal her. Äh, die Äpfelbäume. Das ist unser einziges Essen. Hä, ist so dumm. Die sind doch überall Felder. Ja, aber die machen keine Äpfel mehr. Ja, ja, weil die auch irgendwann abgefarmt sind. Dann musst du neue Bäume pflanzen. Was ist das denn? Ich dachte, das wäre... Ja, MyMax, Alter, tut mir leid. Also, die sind doch hier vorne, sind doch Kartoffeln. Ne? Hier. Drei Stück. Die schmecken nicht. Die schmecken nicht, du Fettsack. Was soll das denn? Die schmecken nicht, Alter. Die sind handgepickt, Junge. Die sind gute Kartoffeln, Alter. Von Muttern. Max? Okay, das ist echt. Dinger. Sorry. Ja, lass mal... Für das Windrad müssen wir erstmal Hanf anbauen. Für das bessere Wind... Für das bessere Windrad. Was wir machen könnten... Das können wir machen. Sollen wir... Komm, Max, wir bauen eine Grasfarm. Let's go, Alter. Eine Grasfarm? Wir bauen eine Hanffarm. Das klingt simpel. Das schaffe ich. Darf ich? Kann ich eine Karotten... Du baust eine Grasfarm und ich baue eine fette Karottenfarm. Ja, warte. Wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwo ein Hempseed herbekommen. Haben wir noch gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir irgendwann... Wir sind stuck. Ach, Ruhe jetzt, Alter. Ihr seid stuck, weil ihr lost seid. Deshalb, Junge. Richtig. Ja, das Windrad höher bauen ist sowieso auch noch eine Sache. Aber das Windrad ist zu bad. Wir bauen erstmal ein geileres Windrad. So, und dafür kriegst du erstmal einen Stein gegen den Kopf als Strafe. Daneben. So. Gelogen. Habt ihr getroffen. So, jetzt müssen wir gucken... Jetzt regnet das wieder. Jetzt geht mein Solarpanel schon wieder nicht. Also mein Strom ist schon so beschissen. Geil, Alter. Und der Regen macht den nochmal kaputt. So, Wind ist weg. Es regnet. Es ist dunkel. Das ist doch schön. Die Schmelze läuft voller Wasser. Das war's. Ja, Hanf haben wir nicht, Alter. Müssen wir uns farben, Leute. Wir bauen erstmal eine Weedfarm. Wir bauen eine Weedfarm, Max. Ja, wir müssen Hempseeds finden. Die finden wir, indem wir Bonemeal machen. Und Bonemeal machen wir nochmal, indem wir Cobblestone... Oh, jetzt fängt die Klopperei wieder an, Alter. Ja, wir müssen erstmal viel von Hand machen. Was hat Romatra hier vorne gemacht? Das funktioniert doch hier vorne. Die Sch*** Romatra. Ja, das ist ganz gut. Aber das ist auch nicht self-sustaining. Das verbraucht viel zu viel Strom. Wir haben Windkrafträder versucht. Wir kriegen keinen geilen Strom. Wir können nur Kohle verbrennen. Wie die Dummen. So arbeiten wir hier. Du hast das mal vor zwei Jahren alles durchgespielt, Junge. Ich hab mir deine YouTube-Folge reingezogen. Ich weiß... Du warst ein Pro. Hast du dich echt angeguckt, die Sch*** von mir? Ja, weil ich wollte Tipps holen, aber ich hab überhaupt keine Tipps bekommen. Es war sau unübersichtlich, ich hab nur geschrien. Ja, Mann, du hast meinen Content von vor zwei Jahren entdeckt. Stark. Ja, immerhin ist es heute nicht mehr so, ne? Da hat sich ja einiges geändert, zum Glück. Junge, ich bin ein absoluter Spasti, Alter. Heine hat mich eben gefragt, wie verdienst du denn Geld? Und ich hab gesagt, ja, ich bin halt im Internet. Und der so, ja, was machst du denn da? Ich so, ich bin laut und lustig. Und der so, aha. Geschmackssache. So, warte mal. Ich guck jetzt mal, dass wir ganz kurz mal Hempseeds bekommen. Dann machen wir schon mal einen besseren Windgenerator. Das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Wir müssen gucken, dass wir, wie gesagt, echt Sch***-Samen von Hanf bekommen. Die kriegen wir durch Erde grinden. Oder durch Compressed Dust, den ich jetzt hier schon mal habe. Compressed Dust? Ja, ja, man kann den Dust zusammenpressen, Alter. Ich bin gespannt. Ich bin echt stuck, leider. Machen wir den Baum hier auf den Boden? Überall hier? Nee, nee. Achso, auf den Boden schmeißen. Ja, rechtsklicken. Nee, nee. Rechtsklicken. So? Jetzt müssen wir gucken, dass da irgendwo Hempseeds rauskommen. Was ist das hier? Barley? Hast du Hand schon? Canola Seeds? Nee, Canola. Ja, du hast hier den Sch*** abgebaut, du F***er. Warte hin. Mann, Max, ey. Mach noch mal drauf hier. Ich hab, ich hab's. Boom. Echt? Geil, geil, geil. So, und jetzt brauchen wir eine schöne Handfarbe. So, den restlichen Baum, den Max, den behalten wir erstmal. So, hast du eine Ho? Eine geile Ho? Ja, ja, hab ich. Ich habe keine Ho. Nein, Abbruch habe ich nicht. Schade, schade. Warte, warte, warte. Okay, wir gucken. Hier ist eine Ho, hab eine in der Hand. Okay, perfekt. Jetzt hier Borne bitte einmal rüber machen. Komm, hier. Einmal rechtsklick. Und jetzt das, jetzt, jetzt, äh, Bornmehl drauf geben. Schön, Bornmehl drauf. Boom, Junge. So. Und abfarmen. Jetzt hier, jetzt hier. Komm, komm, komm. Hier nochmal. Ho, 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 ho. Gib mir die Ho. Gib mir die Ho, Max. Gib mir die Ho. Ja, schön, schön, alles weghauen hier. So. So, und nochmal hier vorne, äh, Bornmehl drauf, bitte. Ja, und geil. Und anpflanzen. Und hoch. Alter, guck mal, wie gut, Digga. Boom. So, Mill. Wir brauchen, äh, eine Improved Windmill. Wir brauchen Tough Fabric und davon machen wir einige. Okay. Dann brauchen wir hier von... Boah, Alter. Wow. Wir machen das so. Ja? Du hättest jetzt erst mal, du machst ein anderes Projekt. Stopp, stopp. Nein, ich mach das, ich mach das, wir machen das zusammen, Max. Äh, zusammen, weil wir Kämpfer sind. Komm. Mach mal hier weg das Ganze, den ganzen anderen Müll hier, der nicht Hanf, äh, Hanf ist. Jetzt wird hier nur noch auf Monokultur, auf Hanf wird hier gegangen, Max. Karotten kann man auch Ruhe essen, ne? Muss man ja nicht braten. Karotten kann man Ruhe essen, die muss man nicht braten, die kann sich so lecker reingönnen. Scheiße. 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 Nee, stopp. Scheiße. Na, was ist? Ich hab das falsche gecraftet. Können wir Hemp Rope Coil? Ja, Scheiße, Alter. Gut gespielt. Oh, Junge. Oh, hier sind noch Samen auf dem Boden. Ich bot, Alter. Scheiße. Mann, der war zu gierig. Und ich sag noch, sei nicht so gierig. Und was machst du? Komplett lost, aber du hast gute Ideen. Und das ist, das ist mein Mantra. Du musst aus Hanf rauchen. Ah, ja. Dann machen wir, Max, hast du Bock mit uns, mit mir ein Buch zu schreiben? Vom YouTuber zum Junkie? Andersrum? Let's go, Junge. Das ist clever. Das ist clever. Aber da gibt's auch bestimmt schon ein paar Leute, die das vor uns gemacht. Meinst du? Safe oder nicht? Keine Ahnung. Ja, Digga, so viele Leute. Also, safe. Leute, erzählt, wer war erfolgreicher YouTuber und ist jetzt entweder Alkoholiker oder nimmt irgendwelche Drogen. Nur aus dem deutschsprachigen Raum, nicht international. Alle schreiben ich. Also, Zuschauer? Nee, das zählt nicht. Achtung. Hier, mehr Hanf, bitte. Ich hab noch mehr Samen für dich. Gib her. Hier liegen die. Ohne Bummeln mit einer Watering Can. Oh ja, stimmt. Die gab's ja auch noch. Oh ja, stimmt. Ihr habt recht bei Extra Rutilities. Oh damn, Chat. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Baba der Besten. Schlieb euch so. Entschuldigung. Das darf so nie wieder passieren. Nie wieder. Egal wie lange wir zusammen auf... Hin-off, hau rein. Nein, tschöö. Nein, warte... Hallo. Max, komm. Max, ich gieße jetzt die Blumen... Ich gieße jetzt die Blumen mit einer Watering Can! Alter. Ist das gut? Achtung! Gießkanne, kommt. Achtung! Gießkanne! Komm her. Guck sie an. Pass auf, hier. Aber hier ist doch eh schon Wasser, die, 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 die sind unter Wasser, die Pflanzen. Das hilft gar nichts. Alter, richtig krass. Da merkt man, dass du schon seit zehn Jahren Minecraft spielst, stark. Nee, macht ja Sinn, also wenn die Pflanzen schon komplett unter Wasser sind, einfach nochmal richtig viel Wasser draufschütten. Nee, ich muss, ich hab die falsche Watering Can gemacht. Nee, nee, das ist richtig, das funktioniert, guck mal wie, Digga, guck dir das mal an. Halt's Maul. Ich seh dich gar nicht mehr, du bist komplett zugewachsen. Digga, holy shit. Gib mir, gib mir auch mal. Das bringt doch gar nichts, das merkst du doch gerade. Warte. Strong. Ja, Leute, sagt mir nicht, dass es jetzt nicht funktioniert damit. So, Leute, jetzt Watering Can, Achtung. Lol, das kickt ja über rein. Sicher? Du hast mich eben enttäuscht. Ist direkt gewachsen, als ich hier war. Vertrau dir kein zweites Mal. Guck mal, Max, komm her, komm her. Komme sofort. Ich bin hier hart am Basteln. Das hat gerade geholfen, Leute. Was war das? Das hilft doch hier, guck mal, was wollt ihr denn? Faden ist rausgesucht. Hier, guck mal, Max, wie ich hier alles erwachsen lasse. Ich komme, ich komme, ich komme. Achtung, ich bin's, ich bin's, der alles gießende Mann. Wie hast du die gemacht, die Maschine? Ja, Watering Can, Junge. Let's go, Alter. Kann ich die mal haben? Ey, gib mir die und ich mache dir unendlich viel Hanf. Das ist ein richtiger Trimax-Job. Let's go. Muss ich durchgehend gießen? Ja, ganz halt, alles Gießer. Guck mal, das wächst wirklich davon, ne? Siehst du das? Ich habe mir drei Dias gestealt für eine Diamant-Arkst. Ne, mache ich nicht, ist dumm. Tu ich zurück. Hör auf, Revi, hör auf. Du bist wieder gierig. So. Sehr geil, Alter, sehr geil. Ich verbaue mich leider oft in dem Spiel. Es liegt aber nicht unbedingt am Spiel. Sondern primär an dir, würdest du sagen. Genau. So, dieser komische Smeltree von Romatra. Wie lüppt ihr nochmal hier? Hier musst du erstmal das Ingot-Cast rein, oder? Ah, ne, da ist schon eins drin, okay. Ähm. Ah ja, hier, jetzt kommt ihr hier alles rein. Ne, ich weiß schon, ich weiß schon, wie es läuft. Ich habe es wieder dran. So, wenn man jetzt hier reingeht, Leute, dann kommt da nämlich auch Blut in die Smeltree rein. Das ist kein Witz. Muss man aufpassen. Das hatten wir letztes Mal. Romatra ist reingesprungen, hat seinen Fuß verloren. Ah ja, ich glaube, ich glaube, das ist einfacher, Leute. Wenn ich, ja, ja, ihr habt recht. Oh mein Gott, natürlich. Ja, Max ist sch*** und dumm, Alter. Na, wieso denn? Ja, weil wir Glasflaschen machen, anstatt den ganzen Eimer. Ja. Das kannst du natürlich nicht wissen. Doch, haben mir alle geschrieben. Aber du hast ignoriert. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie man Glasflaschen macht. Hahahaha, sch***, Alter. Alter, einfach nur holen, Max. Geil. Ich habe schon zwei von diesen Dingern. Wir haben gleich das Ding fertig, Max. So, komm, geh mal hier mehr Hanf, 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 Alter. Hanf, Hanf, Hanf. Hanf, 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 Hanf. Ach, sch***. 18 Stück ist es geworden. Was soll das denn? Verarsch. Verarsch. Komm wieder, ich habe noch richtig mehr. Boom, Junge. Das ist der Trailerist, den ich kenne. Ah, gut, okay. Ist gut, ist gut. Komm nochmal wieder, komm. Hör auf mit mir. Boom, 64. Alter, das ist krass. Ich glaube, wir haben schon genug. Ja, aber wir brauchen ja mehr Windräder, also ich spüre es auch gerade. Ey, Max, ich bin mir ehrlich, ich weiß nicht, ob Windrad das Beste ist. Ich glaube, wir sollten ja einen Kernreaktor bauen vielleicht. Komm, machen wir jetzt nicht so Overkill hier. Also, ich gehe gleich voll in Solarenergie rein. Das ist mein Ding sein. Ich finde das irgendwie extrem befriedigend. Wenn die Sch*** in die Energie... Ja, die Solarpanels, wenn man die richtig krassen halt macht, dann lübtert auch, Alter. Das ist geil. Ja, ja, aber es dauert. Das ist sehr schwer. Da sind wir noch gar nicht. Dafür müssen wir so viele Rohstoffe aus der Erde... Kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, wann ist das Windrad jetzt mal fällig? Es fällt nicht mehr fällig. Wir haben schon die Hälfte von allen. Die Hälfte von allem erst? Wie, was? Was willst du von mir, du Assi? Alter, das wächst gut, Mann. Guck mich mal, siehst du mich noch? Bist du komplett im Grasfeld verloren? Nee, Max, Alter, ich sehe dich gar nicht mehr, du. Läuft, ne? Guck nochmal so zwischendurch. Guck nochmal so zwischendurch. Alter, komm mal her. Komm mal hier so rüber. So ein bisschen nach vorne. Ja, geil, Alter. Geil, Junge. Geile Grasfarben, Junge. Let's go. Slöp doch. Wie geil. Warum macht das Spaß? Weil es Minecraft ist, Junge. Du fragst doch jetzt sicherlich, was habe ich die ganze Zeit verpasst? Ja, ich wusste nicht, dass so viel Stuff noch rausgekommen ist. Muss man wissen. So, wir haben jetzt sechs von den Blades. Es fehlen noch zwei weiteren. Haben wir alles. Dann haben wir alles. Noch einmal den Eimer hier fertig und dann sind wir so weit. Dann lügt der Hase. So, Leute, jetzt haben wir hier alles für das Ding. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Craft den neuen Blastbricks. Ja, wer macht jetzt den Blast-Förniss, Leute? Was soll die Scheiße? Ich habe keinen Bock mehr hier auf euch alle. Also wirklich jetzt hier. Komm. Netherbrick brauchen wir. Max, wir gehen in den Nether. Nee. Doch, müssen wir. Das ist zu arg. Ja, was sollen wir machen? Also ich möchte... Nee, ich bin Redstone, Alter. Gut, ich gehe jetzt in den Nether. Max, ich gehe jetzt in den Nether. Du musst mit mir kommen. Oh, im Nether, Junge, wir haben gar keine Rüstung und nichts. Gar nichts haben wir. Geht nicht. Unverhältnismäßig, wir müssen in den Nether. Hä, wieso kommen wir jetzt nicht weiter? Du meintest doch, das geht easy. Ich muss in den Nether dafür jetzt, Max. Und du lässt mich wieder am Stich. Ich analysiere ganz kurz. Lass mich wirklich analysieren. Ist der Nether auch Skyblock, Leute? Das werden wir jetzt herausfinden. So, die jetzt Nether gucken. Achtung. Ich gehe in den Nether. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal.